Floridsdorf, Franz-Jonas-Platz, Endstation, umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der ÖBB, zu den Linien 26, 29a, 30 und 31, zur Linie 33b, sowie zu regionalen Autobuslinien, bitte alle aussteigen. Neue Donau, umsteigen zur Linie 20b. Handels-K, umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der ÖBB, zur Linie 11a, sowie zur Linie 5a. Dresdner Straße, umsteigen zu den Linien N und 37a, sowie zur Linie 5a. Eger Straße, umsteigen zu den Linien 31 und 39a, sowie zur Linie 33. Spittelau, Wirtschaftsuniversität, umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der ÖBB, zu den Linien U4 und D, sowie zur Linie 37a. Nussdorfer Straße, umsteigen zu den Linien 35a, 37a und 38a. Weringer Straße, Volksoper, umsteigen zu den Linien 40, 40a, 41a und 42a. Michel Beuern, allgemeines Krankenhaus, umsteigen zur Linie 42a. Alzer Straße, umsteigen zur Linie 43a. Josef Städter Straße, umsteigen zur Linie 46a, und zur Linie 48a, in Richtung Baumgartnerhöhe. Burggasse, Stadthalle, umsteigen zur Linie 9, zur Linie 48a, in Richtung Dr. Karl Rennerring, und zur Linie 49. Westbahnhof, Majahilfer Straße, umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der ÖBB, zu den Linien U3, 52 und 58, sowie zum Flughafenbus. Gumpendorfer Straße, umsteigen zur Linie 53a, umsteigen zur Linie 6, 18 und 57a. Lengenfeldgasse, Dr. Brunner-Pietermann-Platz, umsteigen zur Linie U4, sowie zur Linie 12a. Niederhofstraße, umsteigen zu den Linien 10a und 63a. Philadelphia Brücke, Bahnhof Wien-Weidling, umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der ÖBB, zu den Linien 7a, 8a, 15a, 59a, 62, 62a, und zur Lokalbahn Wien-Baden, zur Linie 7b, in Richtung Businesspark Vienna, sowie zur Linie 9a. Schertegasse, Kabelwerk. Am Schöpfwerk, umsteigen zur Linie 16a. Alt-Erla, umsteigen zu den Linien 64a und 66a. Erla-Straße. Perfekter Straße, umsteigen zur Linie 64a, sowie zur regionalen Autobuslinien. Siebenhirten.